Heute ist ein wunderschöner Tag. Wir sind hier oben auf dem, keine Ahnung, wie heißt der Berg? Danke. Servus aus der Südsteiermark hier, um genau zu sein, aus Graz vom Schlossberg. Wunderschönes Wetter und ich habe das für einen Ausflug genutzt mit meiner Leica und dem Summilux 28 mm, was ich von Fotogörlitz geliehen bekommen habe zum Testen, mal hier so ein paar Aufnahmen zu machen. Und ja, bei der Gelegenheit, so eine schöne Location, dachte ich, könnte ich auch mal ein bisschen was zum Summilux erzählen. Vielleicht mal ganz allgemein, die Brennweite von 28 mm war tatsächlich in der Vergangenheit keine Brennweite, die mir wirklich gefiel. Ich konnte nicht so richtig was anfangen, war weder Fisch noch Fleisch. Ich bevorzugte eher die 24 mm oder eben die 35 mm. Aber ich hatte Anfang, Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres die Gelegenheit, mit der Leica Q2 ein bisschen mehr mich auseinanderzusetzen. Und im Zuge dessen habe ich tatsächlich die 28 mm sehr zu schätzen gelernt. Tolle Brennweite, sehr schön für Reportage, so Familienleben, Street auch ganz cool. Für Landschaft ist sie weit genug, weiter als ein 35er gefällt mir. Nicht ganz so weit wie ein 24er, aber insgesamt eine sehr gute Allround-Brennweite. Ja, und im Zuge dessen dachte ich mir, Mensch, da muss ich mir doch mal das Summilux 28 mm für Leica M anschauen. Und ja, darum soll es halt hier gehen. Die Summilux sind bekannt dafür, dass sie sehr hochlichtstarke Objektive sind. Anfangs Blende 1,4. In einen Halbblenden-Schritten geht es hoch bis Blende 16. Fokustab ist auch da. Mag ich persönlich nicht so, aber bei der Basis ist er da. Von einer Einstellgrenze ist leider 0,7. Wie bei allen Leica Messsucher-Objektiven, ich glaube zumindest bei allen 0,7. Und ja, fässt sich halt fantastisch an. Leica-typisch, super Fertigungsqualität. Die Sonnenblende ist, wie bei den ganzen neuen Generationen, verschraubbar. Sehr schön. Was ein bisschen schade ist, das Objektiv ist halt doch sehr groß, geschuldet seiner Lichtstärke. Das heißt, die Sucherblockage ist leider doch etwas groß. Nicht so schön, wenn man Dinge in die rechte untere Ecke platziert oder ein wichtiges Bilddetail dort ist. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber ansonsten wunderschöne Bildqualität. Schon offen, sehr schön scharf und ja, das Bokeh, von der Schärfe zur Unschärfe, fällt sehr schön ab. Man kann schön freistellen damit, was ich persönlich sehr toll finde und was ich auch sehr gerne nutze. Das Leica Summilux 28 mm ist ja ein asphärisches Objektiv. Was bedeutet das? Es ist so, dass hochwertige Objektive aus verschiedenen Glaselementen aufgebaut sind und verschiedene sphärische Elemente sorgen dafür, eben diese bestimmte Bildfehler zu eliminieren. Aberrationen und all so eine Sachen. Fragt mich bitte nicht auch im Detail. Und das Problem bei diesen sphärischen Objektiven ist, dass sich die parallelen Lichtstrahlen dann im Brennpunkt nicht treffen. Und dadurch, bei hochlichtstarken Objektiven, wie es das Summilux eben ist, wenn man die Blende aufreißt auf 1.4, hat man den Eindruck, das Objektiv ist bei 1.4 nicht scharf, weil der Brennpunkt eben nicht dort ist, wo er sein soll, auf der Sensorebene. Und um das auszugleichen, baut man eine asphärische Linse ein. Und diese asphärische Linse korrigiert eben genau dieses Problem und wertet so das Objektiv einfach auf. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass 28 mm eine sehr schöne Brennweite ist, dass Summilux für die Leica M ein traumhaftes Objektiv ist. Es gibt bei der Bildqualität nichts zu meckern. Es gibt bei der Fertigungsqualität nichts zu meckern. Gut, der Preis ist natürlich eine Hausnummer. Da gibt es den einen oder anderen, der sehr wohl was zu meckern hat. Ich kann nur sagen, wenn man das Kleingeld hat, wenn man sich dieses Objektiv leisten kann, dann gibt es eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Jetzt genieße ich mit meiner Familie noch das schöne Wetter. Wir laufen den Schlossberg runter. Hoch sind wir gefahren, runter laufen wir. Und unten gibt es zur Belohnung für die Familie und für mich ein Kaisersprach. Und unten gibt es einen Kaisersprach. Und unten gibt es einen Kaisersprach.